Hallo liebe Fußballfreunde, ja der 22. Spieltag der Bundesliga 23-24 startet am Freitag mit Köln gegen Bremen. Hier sehen wir auch gerade den aktuellen 22. Spieltag und die aktuelle Bundesliga-Tabelle. Zu allen Spielen, Infos, Prognose und meine Tipps, schreibt eure Tipps in die Kommentare, dann geht's los. Ja, dann kommen wir gleich zum Freitagsspiel, Köln gegen Bremen, der 16. gegen den 10. Hinten, ja Köln letzte Woche 1 zu 1 unentschieden bei der TSG Hoffenheim, ein Punkt holt auswärts, sehr gut für die Kölner schon mal. Der erfolgreichste Kölner Spieler, gerade aktiv im Kader ist Kainz mit drei Saisontoren, Selke fällt noch verletzungsbedingt aus. Dann kommen wir zum SV Werder Bremen, ja letzte Woche ein 2 zu 1 Heimniederlage gegen Heidenheim, das war nach der guten Serie von Bremen schon ein Schlag. Der erfolgreichste Torschütze bei Bremen ist derzeit Marvin Duxch mit neun Saisontoren. Dann schauen wir uns mal die letzten 5 Bundesliga-Spiele bei der Teams an. Ja, Köln wie gesagt unentschieden, davor ein Sieg unentschieden. So ja, die Bremer hatten eigentlich eine super Serie mit drei Siegen hintereinander und dann die Niederlage gegen Heidenheim. Also es wird ein spannendes Spiel und ich tippe auf ein 1 zu 1 zwischen Köln und Werder Bremen. Und wie gesagt, schreibt eure Tipps in die Kommentare. Dann kommen wir zur Samstagspartie. Hoffenheim gegen Union Berlin zu Hause, der 8. gegen den 15. Ja, wie gesagt, Hoffenheim hat zu Hause letzte Woche ein 1 zu 1 gespielt und hätte natürlich lieber ein 3er gewollt gehen können. Aber ein unentschieden, ein Punkt. Die beiden erfolgreichsten Torschützen bei Hoffenheim sind Kramaric und Bayern mit jeweils acht starken Saisontoren. Dann kommen wir zur Union Berlin. Ja, die Union ja letzte Woche ein 1 zu 0 Heimsieg gegen Wolfsburg geholt. Endlich mal wieder ein 3er für die Unioner. Der erfolgreichste Torschütze ist Gosens mit fünf Saisontoren. Dann schauen wir uns auch hier die letzten fünf Spieltage bei der Teams an. Ja, Hoffenheim dreimal unentschieden und zwei Siege. Bei Union Berlin ein Sieg, eine Niederlage, ein Sieg. Daher kann man denken, es könnte auf ein Unentschieden hinauslaufen. Mein Tipp für Hoffenheim gegen Union Berlin ist ein 2 zu 2 unentschieden, liebe Fußballfreunde. Dann kommen wir zur nächsten Partie. Und zwar Mainz 05 gegen FC Augsburg. Der 17. gegen den 11. Ja, Mainz letzte Woche 3 zu 1 in Stuttgart verloren. Die Stuttgarter sind derzeit aber auch mega stark. Der erfolgreichste Torjäger unter anderem im Team von Mainz ist Akkuer mit zwei Saisontoren wie drei weitere Spieler auch. Dann kommen wir zum FC Augsburg. Ja, Augsburg ein starkes 2 zu 2 Unentschieden letzte Woche gegen Leipzig. Ein super Spiel und sehr spannend. Der erfolgreichste Torschütze bei Augsburg ist immer noch und wird auch bleiben. Demirowitsch mit zwölf starken Saisontoren. Dann kommen wir zu den letzten fünf Bundesliga-Partien bei der Teams. Ja, die Mainzer drei Niederlagen in Folge. Und Augsburg zwei Unentschieden. Könnte man denken, Augsburg ist auf einem guten Weg wieder nach oben. Mainz braucht aber jeden Punkt gegen den Abstieg. Mein Tipp für Mainz 05 gegen Augsburg ist ein 2 zu 1 Heimsieg für Mainz 05. Dann kommen wir zur nächsten Partie. Und zwar Heidenheim zu Hause gegen Leverkusen. Der neunte gegen den ersten. Ja, Heidenheim einen starken Auswärtssieg mit 2 zu 1 bei Bremen geholt. Die Heidenheimer sind echt stark in dieser Saison, muss man sagen. Der erfolgreichste Torschütze derzeit bei Heidenheim ist Dingci mit sieben Saisontoren. Dann kommen wir zu Leverkusen. Ja, Leverkusen ein mega Heimsieg gegen den FC Bayern mit 3 zu 0. Super gespielt und auch so in dem Ergebnis hoch verdient. Der erfolgreichste Torschütze ist derzeit Grimaldo im Team, da Bonifaz verletzt ist. So, die letzten 5 Spiele. Ja, Heidenheim wie gesagt einmal gewonnen und 4 starke Unentschieden. Und Leverkusen klar 4 Siege, 1 Unentschieden. Ein sehr spannendes Bundesligaspiel. Mein Tipp für Heidenheim gegen Leverkusen ist deswegen auch ein starkes 1 zu 1 Unentschieden. Für Heidenheim, liebe Fußballfreunde. Mal gespannt. Dann kommen wir jetzt zu Darmstadt 98 gegen den VfB Stuttgart. Der letzte, der 18. gegen den dritten. Ja, die Darmstädter ein 0 zu 0 in Gladbach-Gol. Das ist schon mal ein starker Punktgewinn. Einer der erfolgreichsten Torschützen bei Darmstadt ist Kempe mit 3 Saisontoren wie Mehlheim ebenfalls. Dann kommen wir zum VfB Stuttgart. Ja, Stuttgart letzte Woche ein starkes 3 zu 1 zu Hause gegen Mainz 05. Stuttgarter haben einen sehr, sehr guten Lauf in der Bundesliga. Der erfolgreichste Torschütze immer noch ist Guirashi mit 17 starken Saisontoren, obwohl er lange nicht dabei war. Die letzten 5 Spiele beider Teams. Ja, wie gesagt, die Darmstädter 3 Niederlagen, 2 Unentschieden und die VfB Stuttgarter mit 3 starken Siegen in Folge. Mein Tipp für Darmstadt gegen Stuttgart ist daher ein 0 zu 1 Auswärtssieg für den VfB Stuttgart. Dann kommen wir zur nächsten Bundesliga-Partie. Und zwar VfB Wolfsburg zu Hause gegen den BVB Dortmund. Der 12. gegen den 14. Ja, die Wolfsburger letzte Woche 1 zu 0 verloren bei Union Berlin. Und Kovac muss schon aufpassen, dass er nicht entlassen wird. Aber Wolfsburg hat die Chance gegen Dortmund zu gewinnen. So, Jonas Wind mit 9 starken Saisontoren. Ja, dann kommen wir jetzt zu BVB. Letzte Woche ein starker Heimsieg. 3 zu 0 gegen den SC Freiburg, die Dortmunder. Der erfolgreichste Torschütze natürlich ist derzeit und wird auch bleiben. Niklas Füllkrug ist einer der besten Stürmer mit 11 Bundesliga-Saisontoren, liebe Fußballfreunde. Ja, die letzten 5 Spieltage beider Teams. Wie gesagt, Wolfsburg viermal unentschieden, eine Niederlage und die starken Dortmunder mit 4 Siegen und einem unentschieden. Dann kommen wir zu meinem Tipp für Wolfsburg zu Hause gegen Borussia Dortmund. Ich tippe auf ein 1 zu 2 Auswärtssieg für den BVB. So, liebe Fußballfreunde, dann kommen wir zum nächsten Spiel der Bundesliga. Das ist Leipzig zu Hause gegen Gladbach. Der 5. gegen den 13. Ja, die Leipziger letzte Woche ein 2 zu 2 nur auswärts in Augsburg. Da hätte sich der Leipziger mehr vorgestellt. Der erfolgreichste Torschütze ist Openda immer noch mit 5 starken Saisontoren. Dann kommen wir zu Borussia Mönchengladbach. Ja, letzte Woche ein enttäuschendes 0 zu 0. Zu Hause gegen Darmstadt 98. Da haben sich die Gladbacher auch mehr vorgestellt. Der erfolgreichste Torschütze bei Gladbach derzeit ist Plea mit 7 Saisontoren. Die letzten 5 Bundesligaspiele beider Teams. Ja, die Leipziger dreimal verloren. Und bei Gladbach unentschieden, Niederlage unentschieden, ein Sieg. Da weiß man noch nicht, wo der Weg hingeht. Mein Tipp für Leipzig gegen Gladbach ist daher leider ein 4 zu 1. Hoher Sieg für Leipzig gegen Gladbach, liebe Fußballfreunde. So, die Sonntagsspiele mit SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt. Der 7. gegen den 6. Ja, die Freiburger letzte Woche in Dortmund 3 zu 0 verloren. Leider so gesehen auch verdient in der Höhe. Der erfolgreichste Torschütze bei Freiburg ist derzeit Höhler mit 6 Bundesligatoren. Dann kommen wir zu Eintracht Frankfurt. Ja, Frankfurt zu Hause letzte Woche nur ein 1 zu 1 gegen Bochum. Da haben sich die Frankfurter mehr vorgestellt. Der erfolgreichste Torschütze derzeit bei Frankfurt ist Mammusch mit 8 Bundesligatoren. Die letzten 5 Spieltage beider Teams. Ja, die Freiburger 3-mal in Serie verloren und Frankfurt unentschieden, 2 Siege und Niederlage. Mein Tipp für den SC Freiburg zu Hause gegen Eintracht Frankfurt ist ein 1 zu 1 unentschieden beider Teams. Sind wir mal gespannt. So, dann kommen wir zum letzten Spiel des 22. Spieltags. Ja, VfL Bochum zu Hause gegen den FC Bayern München. Der 14. gegen den 2. Ja, die Bochumer letzte Woche mit einem starken 1 zu 1 unentschieden in Frankfurt. Ja, die Bochumer brauchen auch schon noch jeden Punkt. Der erfolgreichste Torschütze bei Bochum ist Asano mit 5 Saisontoren, obwohl er auch jetzt längere Zeit wegen dem Asiencup nicht dabei war. Ja, der FC Bayern letzte Woche leider, muss ich sagen, als Bayern-Fan 3 zu 0, aber in der Höhe leider auch verdient. Verloren bei Bayer Leverkusen beim Tabellenersten. Jetzt hat Bayern 5 Punkte Rückstand auf Leverkusen. Ja, der erfolgreichste Torschütze bei Bayern ist und wird er auch natürlich bleiben. Harry Kane mit starken 24 Bundesligatoren. Ja, die letzten 5 Spieltage beider Teams, alles so ein bisschen gemischt. Und Bayern muss gucken, dass sie jetzt nicht noch wieder mehr Punkte Rückstand bekommen hinter Bayer Leverkusen. Mein Tipp für den VfL Bochum gegen Bayern München ist daher ein 3 zu 1 Auswärtssieg für den FC Bayern, liebe Fußballfreunde. Ja, liebe Fußballfreunde, das waren meine Tipps für den 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Hat's euch Spaß gemacht? Dann danke ich für ein Like und ich danke für ein Abo für Werners Fußballecke. Und schreibt eure Tipps in die Kommentare. Dann viel Spaß noch. Tschüss. Dann sehen wir euch. Dann sehen wir euch. Vielen Dank.